Joe Zimbauer, gegen Faduz hat man jetzt eben sieben Mal schon verloren oder unentscheidig gespielt in Folge. Wie erreicht man jetzt endlich mal einen Sieg? Auf ein neues. Jeder neue Anlauf kann Möglichkeiten aufbieten. Wir spielen zu Hause, dementsprechend haben wir auch die Fans im Rücken und jede Serie kann mal geknackt werden. Und wir werden es am Sonntag versuchen. Faduz könnte jetzt am nächsten Sonntag wegkommen vom letzten Tabellenplatz mit einem Sieg, wenn Lugano verliert. Wird Faduz entschlossener spielen? Muss man da als St. Gallen mehr zeigen als normal? Ja, es ist ein Derby. Zweitens weiss man, wenn man auf der letzten Platz steht, dass man dementsprechend auch mehr tun muss, um wegzukommen. Und wenn sie da rauskommen wollen, müssen sie bei uns was holen. Aber wir werden alles tun, dass es so bleibt, dass wir dementsprechend die Punkte holen. Was dann da unten passiert, interessiert uns ja nicht, ob Lugano oder Faduz die Plätze tauscht. Das ist nicht auf meinem Zettel, sondern mir ist wichtig, dass wir die Punkte bei uns behalten und dafür werden wir alles tun.